Herzlich Willkommen bei Find the Flow, dein Podcast von Pferdemensch zu Pferdemensch. Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder mit dem Podcast von Find the Flow. Wir haben uns ein paar Wochen, vier Wochen glaube ich fast, Pause gegönnt über die Sommerzeit. Die Vaccaro Classics in Deutschland veranstaltet und ja, heute sind wir wieder da, zusammen mit euch und mit unserer Working Studentin, der lieben Sophie und die hat uns ja letztens schon zum Thema Jungpferde interviewt und wir dachten, weil wir viele Fragen hatten zum Thema, wie geht es weiter nach den Vaccaro Classics, nach den zehnten und letzten Classics, was macht ihr, was habt ihr geplant. Wir lassen einfach mal die Sophie zu Wort kommen und uns interviewen, um euch ein paar Infos zukommen zu lassen. Hallo, ich bin wieder da und habe auch direkt ein paar Fragen notiert und wenn es euch recht ist, würde ich ein bisschen mit einem kleinen Rückblick starten, einfach damit wir eine gute Kurve bekommen, also dass wir einen schönen Übergang schaffen können und zwar habt ihr jetzt zehn Jahre lang jedes Jahr die Vaccaro Classics veranstaltet und ich muss zugeben, ich war tatsächlich nicht ein einziges Mal da. Ich habe die wohl mal im Internet gefunden und auch schon mal überlegt gehabt, ob ich ein Ticket kaufe, habe es aber nie getan. Das heißt für mich und vielleicht auch für einige andere ist es nochmal interessant, einen kleinen Rückblick zu bekommen. Es geht jetzt wirklich eine richtige Ära zu Ende. Wie kam es denn eigentlich überhaupt jetzt zu den Classics? Also was war eure Grundidee? Warum habt ihr angefangen, so ein Event zu organisieren und zu veranstalten? Dazu muss der Alex definitiv was sagen, weil da musst du antworten, Alex, weil tatsächlich das war deine Idee damals und die ersten zwei Jahre war ich auch kaum involviert. Also die Frage geht definitiv an dich. Ja, was war die Idee? Die Idee war ein Event zu schaffen für alle Interessierten der altkalifornischen Reitweise, aber auch der guten feinen Reiterei im Allgemeinen ohne Dogmen zu schaffen mit einer großräumigen Abdeckung von verschiedenen Reitweisen. Und das haben wir auch 2014 getan und es hat sich dann entwickelt. Also die Vaccaro Classics sind auch so ein bisschen, sie zeigen auch so ein bisschen unseren reiterlichen Werdegang in Teilen. Es waren immer Freunde, Bekannte von uns dabei, es waren Trainer und Therapeuten dabei, die wir aufgrund ihrer Arbeit oder auch menschlich schätzen, wo wir dachten, das passt, da können wir gut mit denen zusammenarbeiten, die können der Welt was mitgeben. Und so hat sich über die Jahre, über die zehn Jahre, glaube ich, das Event, ja, wenn man so möchte, zur Vaccaro Horstmanship, klassischen Reitkunst in Europa entwickelt und etabliert. Dazu muss ich sagen, Alex, dass es damals noch nicht so viel gab zur altkalifornischen Reitweise. Wir haben das schon immer so ein bisschen gekoppelt mit den klassischen Elementen. Wir hatten von Anfang an bei den ersten Classics gleich Wolfgang und Christine Krischke dabei mit Bückeburg. Wir hatten immer einen Trainer aus einer anderen Sparte dabei in jedem Jahr. Aber es war schon so damals, dass du gerne auch Infos wolltest. Du hast dich super viel befasst mit dieser Reitweise und es gab halt damals noch wenig, oder? Ja, was heißt Infos? So viele Infos. Ich hatte ja viele Infos. Ich bin ja schon seit 20 Jahren oder 25 Jahren mit vielen Leuten im Kontakt, auch aus USA, Kalifornien und so weiter. Eigentlich war die Intention auch der Allgemeinheit, diese Infos zukommen zu lassen und einen Treffpunkt zu schaffen, ein jährliches Event, wo man sich einfach treffen kann, austauschen kann, Freunde treffen, Bekannte treffen, diskutieren, besprechen, zuschauen, lernen und eine gute Zeit haben. Das war der ursprüngliche Plan und das hat auch wunderbar geklappt. Wir hören auch nicht auf, weil es nicht funktioniert hat. Im Gegenteil, wir hören auf, weil man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Okay, gut. Vielleicht nochmal in relativ kurzen, knappen Worten, was hat denn jetzt für dich dieses Event wirklich ausgezeichnet? Das Event für mich ausgezeichnet und was für mich wichtig ist und immer im Hintergrund stand, war der Respekt für Pferd und Mensch und die Liebe zu den Pferden. Der freundliche Austausch, auch teilweise natürlich mit Kontroversen, das haben ja nicht immer alle dieselbe Meinung, aber ohne sich dabei zu streiten, auf einer höflichen, respektvollen Ebene. Wie das so ein bisschen, also für mich, wie das so ein bisschen sein sollte in der Cowboy-Welt, Vaccaro-Welt, so ein bisschen mit Ehre und Respekt. Das waren für mich wichtige Punkte in dieser Geschichte und ich glaube, ausgezeichnet hat das über die Jahre auch einfach, dass jeder willkommen war. Also es musste keiner irgendwie ein Vaccaro-Flat-Hat tragen oder ein Visalia oder dies oder das, sondern es waren einfach alle willkommen. Das hat teilweise auch so ein bisschen zu Kontroversen geführt, weil klar, ich sage jetzt so, die Vaccaro-Enthusiasten hätten sich natürlich mehr altkalifornischen, vielleicht auch Kleidungsstil auf dem Event gewünscht. Andere Leute fanden das vielleicht bei anderen wieder zu viel, dass sie dann irgendwie den ganzen Tag im Outfit mit Hemd, Hut und so weiter rumrennen. Aber das war uns einfach wichtig, dass sich jeder willkommen fühlt, dass jeder kommen kann und das hat sich, glaube ich, immer sehr schön die Waage gehalten und das haben sich einfach alle wohlgefühlt. Das klingt eigentlich nach einer richtig schönen Sache und jetzt beendet ihr das trotzdem. Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen. Ihr beendet es nicht, weil es nicht funktioniert hat oder weil es nicht gut geklappt hat. Warum beendet ihr beiden das denn jetzt? Wir beenden das, weil wir haben uns auch weiterentwickelt. Wir möchten einfach in unserer Veranstaltung sehr, also wir waren immer offen, es war nie irgendwie auf eine Reitweise fokussiert, aber es waren halt doch die Vaccaro Classics oder es sind die Vaccaro Classics. Und wir möchten einfach noch offener werden, wir möchten noch mehr unsere Ideen, die sich über die Jahrzehnte gerade mit den Pferden, mit den Menschen entwickelt haben, in ein neues Event mit einbringen, ja, einfach was Neues starten. Und wir sind auch so, also wir sind auch innovativ, wir möchten einfach immer wieder neue Sachen machen, auch wenn alte Sachen gut funktioniert haben, uns weiterentwickeln mit den Teilnehmern, mit den Ausbildern, Dozenten, Trainern, Therapeuten, weiterentwickeln zum Wohle der Pferde und einfach ein ganz, 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 ganz offenes Event schaffen. Und ein weiterer Punkt, der uns natürlich auch noch dazu ein wenig bewegt hat, ich sage mal, überall wo Erfolg ist, ist auch so ein bisschen Neid im Spiel. Wir wurden oft versucht oder einige Male versucht zu kopieren, das ist auch völlig in Ordnung, das kann auch jeder machen, wie er möchte, aber für mich hat sich auch in dieser Szene, in dieser altkalifornischen Reitweise manches wegentwickelt von meinen Idealen, von denen ich gerade sprach, Thema Respekt, Cowboy, ja, Cowboy-Code, wenn man das denn so möchte, das finde ich auch okay, das ist jetzt auch nicht dramatisch, aber daraus ziehen wir halt auch so ein bisschen unsere Konsequenzen und ja, starten, starten was Neues, voller Enthusiasmus. Es war zusätzlich schon auch ein bisschen so die letzten zwei, drei Jahre schwieriger, weil wir immer so ein bisschen Trainerwechsel hatten, wir hatten auch viele gleichbleibende Trainer, aber wir hatten auch so ein bisschen Wechsel und wir haben gemerkt, das wird doch irgendwie mal so ein bisschen enger für uns, Trainer tatsächlich zu finden, die wir in die altkalifornische Reitweise packen würden und das wurde auch so ein bisschen zum Problem. Klar gibt es da noch mehr, aber es wurde halt schwieriger und auch so Vorträge oder Demos zu machen mit Leuten, mit denen wir Kontakt haben oder auch die wir noch nicht kennen, die wir gerne trotzdem einleiten würden und mit denen wir gerne was machen würden, wo wir gerne würden, dass die was erzählen oder was von ihrer Arbeit zeigen und irgendwie hatten wir manchmal so ein bisschen, manchmal haben wir das gemacht, manchmal aber auch nicht, weil wir dachten irgendwie so, es wäre vielleicht zu viel oder passt das wirklich in die Classics eigentlich nicht. Wir haben auch manchmal Kritik bekommen für Sachen, für Demos oder Vorträge, die dann zu therapeutisch waren oder zu körperarbeitmäßig, die uns aber total wichtig sind, die wir tatsächlich nutzen, täglich bei unseren Pferden und die wir auch nicht wissen möchten und für mich war das tatsächlich der größte Grund eigentlich, so ein bisschen das zu ändern. Klar war schnell, wir wollen weitermachen, weil wir lieben, das Leute zusammenzubringen und einfach Leute zu vernetzen. Ich finde das ganz großartig. Ich finde, die Pferdewelt kann nur davon profitieren und ich selber persönlich tatsächlich auch. Es gibt so viel Interessantes und so viele gute Leute und wir machen uns so tatsächlich mega frei, weil wir nicht mehr für eine Reitweise oder in so einer Schublade stehen, sondern wir können quasi jetzt mit Find the Flow und das ist tatsächlich die größte Idee dabei, das Öffnen. Also für alles, was es gibt. Und wir werden sicherlich, unser Herz hängt trotzdem immer noch an der altkalifornischen Heckemoor am Bosal. Auch Rinderarbeit finden wir nach wie toll. Es gibt ganz viel, was wir ganz großartig finden, was immer ein ganz wichtiger Teil der Vaccaro Classics war und aber auch den möchten wir nicht missen. Also der wird sich auch nicht verlieren. Das ist auch ganz wichtig, oder? Ja, vielleicht hilft dir das erstmal so oder euch draußen. Keine Ahnung. Mich erinnert das ein bisschen an einen Podcast von euch, wo ihr über Alex' Firmennamen gesprochen habt, der ja Vaccaro Horsemanship ist. Und jetzt Vaccaro Classics, da ist ja beides Vaccaro drin. Und in beiden Fällen jetzt sagt ihr, dass es eigentlich ein bisschen zu eng gefasst ist. Also dass ihr euch nicht darauf einschränken wollt, dass ihr das nicht missen wollt, aber dass ihr es wirklich einfach noch erweitern wollt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es bei Find the Flow wirklich auch darum, es noch offener zu gestalten. Und ich hatte immer mal so ein bisschen aufgeschnappt, wenn ihr darüber gesprochen hattet, es soll noch mehr mit den Leuten, mit den Event-Teilnehmern in Interaktion passieren. Was genau meint ihr damit? Wie soll das aussehen? Also das Konzept ist noch nicht hundertprozentig ausgefeilt, aber die Idee ist, das schon so ein bisschen ähnlich zu machen wie die Vaccaro Classics. Das heißt, wir möchten auch einen Markt haben, wo man ein paar schöne Dinge kaufen kann. Aber ich stelle mir auch auf dem Markt Leute vor, die einfach informieren. Also nicht nur, wo man was kaufen kann, sondern auch Leute, die zum Beispiel aus dem Bereich Osteopathie, Bodywork, Tapen, Akupunktur, whatever kommen, wo man Workshops einfach auch machen kann. Meine Idee ist wirklich, viele verschiedene Workshops anzubieten, wo nicht alle natürlich teilnehmen können, sondern immer einen Teil und das einfach nochmal intensiver zu machen. schon auch einen Reit oder einen Trainingskurs zu machen, vielleicht das Ganze noch ein bisschen mehr zu vernetzen mit, ich schaue mir ein Pferd an, was fällt mir auf, worauf kann man achten? Und ich möchte das alles nicht so schwer haben, weil es gibt total viel, was man wissen kann und was man lernen kann. Aber mein Wunsch wäre es auch wirklich, den Leuten ganz viele Kleinigkeiten an die Hand zu geben, die sie nutzen können und wo man sich nicht immer so überlaufen füllt mit, boah, das ist schon wieder ganz viel Wissen und Wissen ist total wichtig. Aber ich glaube, wir müssen auch alle ins Tun kommen und Kleinigkeiten einfach ausprobieren und uns das mehr trauen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele kleine, tolle Kleinigkeiten. Und wir kennen so viele großartige Menschen aus diesen Bereichen, die wir da einfach total gerne reinhaben würden. Zum Beispiel hatten wir auf den Classics in den letzten vier Jahren, glaube ich, immer mit Andi Weishaupt, dazu kam auch Sascha Bicke, so ein Huf-Workshop. Der ging immer drei Stunden an einem Tag und da haben die Leute einfach so ein bisschen näher was, da waren immer zwölf Leute drin, die anderen konnten so zugucken. Das ist so gut angekommen und das finde ich so großartig, weil du hörst halt nicht nur was drüber und siehst vielleicht ein paar Bilder, sondern du fährst an. Also das wird einfach so ein bisschen praktischer. Und das wünsche ich mir ganz doll. Ja, mehr Aktion auch für die Menschen, für die Besucher, mehr Zusammenarbeit, was wir auch bei den Classics ja schon gemacht haben, was auch super funktioniert hat. Also ich habe schon mit Peter und Arjen zusammengearbeitet, bei den Classics, und wir haben gemeinsam unterrichtet. und sowas möchten wir halt auch etablieren, dass man sich zum Beispiel ein Pferd anguckt, dass man sagt, okay, hier ist der Huf-Spezialist, hier ist der Körperspezialist, Therapeut, whatever, hier ist der Zahnspezialist, hier ist der Trainer und wir geben dir als Reiter, Ausbilder deines Pferdes jetzt von verschiedenen Seiten Input und Ideen mit, helfen diesem Pferd, beziehungsweise schauen, wie können wir dieses Pferd unterstützen, wie können wir dich unterstützen und arbeiten dann zusammen, zum Wohle von Pferd und Mensch. Und da habe ich zum Beispiel super Bock drauf, einfach mit Menschen auch zusammenzuarbeiten, in verschiedenen Fachrichtungen, keiner weiß alles und jeder kann dann sein Wissen mit einbringen, in einer positiven Art und Weise, ohne das andere jetzt irgendwie schlecht zu machen oder so, was man ja oft hat in unserer Gesellschaft, sondern einfach produktiv Ideen einbringen, zusammenarbeiten und dann schauen, was kann man da für einen Benefit für rausziehen. Ja, und da möchten wir gerne auch ein Beispiel werden für alle da draußen quasi. Das passiert schon oft, dass gut zusammengearbeitet wird, aber meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Und das ist dann ja auch so ein bisschen so ein Netzwerk, was entsteht und dass Leute einfach auch fragen können, weil die Trainer und Therapeuten sind ja da und die haben keinen VIP-Bereich, das hatten wir bei den Classics auch nie, sondern die laufen ganz normal rum wie alle Besucher, weil wir sind alle nur Menschen und wollen alle nur das Gute für Pferde. Und auch, dass die Leute, auch dass die Besucher einfach Ansprechpartner haben, auch wenn derjenige vielleicht nicht zu denen und dem Pferd kommen kann, aber vielleicht kennt er wieder jemanden oder kann jemanden empfehlen oder man informiert über bestimmte Methoden oder einfach was wichtig ist. Und ich glaube, da kann dann jeder Besucher, so wünsche ich mir das auf jeden Fall, sehr, sehr doll was mitnehmen, weil ich bin hauptsächlich Pferdebesitzerin und das ist manchmal unheimlich schwer. Es gibt so viele Puzzlestücke und die sind alle wichtig, aber sich da manchmal zurechtzufinden und eine Idee zu haben, das kann einen manchmal halt einfach überrollen und überfordern und auch frustrieren und da einfach was Gutes zu beizutragen und ein gutes Beispiel zu geben auch. Das klingt für mich jetzt auf jeden Fall sehr vielversprechend, weil ich mir auch immer viele Fragen stelle beziehungsweise dann auch gerne momentan an euch weiterleite und auch sehr dankbar bin, dass ich die dann weitergeben kann und man auch eine Orientierung bekommt. Du meintest gerade, es gibt so viele verschiedene Facetten und ich glaube, manchmal ist es auch einfach hilfreich, erst mal mit einer Meinung oder einer Facette anzufangen oder einer Meinung in dieser einen Facette von der Arbeit mit Pferden und sich von da aus dann erst mal vorzuarbeiten und da wäre ja so ein Wissensaustausch oder diese offene Begegnung auf jeden Fall erst mal möglich. Okay, womit kann ich mich jetzt erst mal identifizieren? Wo kann ich einsteigen und wie kann ich mich dann weiter vorarbeiten? Ja, was soll denn, wir haben eben gesagt, was zeichnet die Classics aus? Was soll denn jetzt Find the Flow auszeichnen? Ich hatte es gerade eben schon sehr ausführlich beschrieben, aber noch mal kurz und vielleicht noch mal einen kleinen Unterschied vielleicht zu den Classics. Wo sagt ihr, wo ist der größte Unterschied jetzt? Ja, Unterschied, so viel, ich möchte gar nicht immer so auf Unterschiede mich fokussieren. Ich glaube, also auszeichnen wird sich Find the Flow auch dadurch, dass es ein Begegnungsort wird, ein jährlicher Begegnungsort für alle Menschen, die wirklich Pferde lieben, die was Gutes tun wollen für die Pferdewelt, ob es nun ihr eigenes Pferd ist oder ob sie in der Pferdebranche irgendwie unterwegs sind, Trainer, Therapeuten, whatever, die interessiert sind, die offen sind, die bereit sind zu lernen, weil keiner hat irgendwann ausgelernt, keiner weiß alles, die bereit sind, sich selbst zu reflektieren, andere Meinungen auch anzunehmen, auf einer respektvollen Ebene sich auszutauschen und zu diskutieren und so einfach eine Begegnung einen ganz tollen Ort zu schaffen, wieder für zwei bis drei, zweieinhalb bis drei Tage, wir sind uns noch nicht ganz sicher mit der Dauer des Events, zum Wohle der Pferde und zum Wohle auch der Menschen, wo sich jeder willkommen fühlt und wo auch ein Pferd sagen würde, wenn die sich unterhalten, Mensch, Find the Flow, da würde ich auch gerne mal hin, das ist super, da sind tolle Menschen. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir nicht mehr dieses Vaccaro drinnen haben, tatsächlich, was schon auf eine Reitweise mehr spezialisiert ist, sondern dass wir das einfach rausnehmen und damit einfach öffnen für alles andere und ich möchte gerne, dass es nicht so sehr um Reitweisen oder um die und die Methode bei der Hufbearbeitung, bei der Körperarbeit, Körperarbeit, Physiotherapie oder was geht, sondern man noch mehr gemeinsame Nenner sucht und daraus können sich denn Sachen ableiten. Also ich finde es manchmal viel wichtiger, oft werden Reitweisen oder Methoden, warum ich das so mache und ich würde es gerne umdrehen, das und das ist wichtig, dass es, ja, darauf schauen wir oder das möchten wir als Ziel haben und deshalb machen wir jetzt das zum Beispiel so. Deswegen haben wir die die und die Herangehensweise. Das wäre für mich jetzt gerade tatsächlich so der prägnanteste Unterschied und ich möchte tatsächlich noch gerne mehr Interaktion. Ich möchte gerne, dass jeder Besucher, der zu Fein zu Floh kommt, auch aktiv wird in irgendeiner Art und Weise. Ich habe da schon verschiedene lustige Ideen auch. Das soll eigentlich gleich am Einlass losgehen, dass Leute auch ein bisschen mehr erfahren, zum Beispiel zum Thema Tensegrität, dass man nicht einfach nur schaut und mit dem Herrn, sage ich jetzt mal, arbeitet, sondern sich ein bisschen mehr auch einlässt und Dinge ausprobiert und Dinge erfährt, weil ich glaube, dann wird das Ganze irgendwie viel authentischer und ich glaube, ganz viele Leute da draußen wissen schon ganz viel. die müssen sich einfach manchmal mehr trauen, Sachen auszuprobieren und ganz einfach zu übersetzen, weil ich glaube, einiges ist nicht so kompliziert und nicht so schwierig. Ich glaube, einiges ist viel einfacher und komplizierter, als wir uns das, unkomplizierter, als wir uns das manchmal machen und uns das manchmal denken und ich möchte wirklich ganz viel wissen, das soll auch vielleicht sogar noch ein bisschen anspruchsvoller werden, also noch mehr wissen bei Fein zu Floh als bei den Classics, bei den Vaccaro Classics war es schon auch viel zum Thema Sattel, Kaliforniasattel, Bosaal, soll wie gesagt alles ein Stück weit drinnen bleiben, aber mehr tatsächlich auch wirklich ja, richtige gesundheitliche Themen und eher warum ist das wichtig und nicht klein aufdröseln, ich habe die und die Reitweise oder ich habe die und die Methode und deshalb andersrum. andersrum. Das wäre tatsächlich mein großes Ziel. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, weil das ist nicht so einfach, aber das wäre, ist meine größte persönliche Challenge, das anzugehen tatsächlich. Natürlich schaffen wir das. Okay, das klingt für mich vor allem auch so als, ja, würdet ihr weg wollen von etwas, was man als Trainer oder Therapeut, sage ich mal, verkauft, also was man irgendwie auch als Marketing hat, sondern wirklich mehr dazu hin, wie man am Ende Entscheidungen trifft, wenn man dem Pferd begegnet, also dass es nicht um, ja, nicht um die Vorstellung eines Gesamtkonzepts geht, sondern eigentlich um die Betrachtung im Moment und das würde dann ja auch zu dem Find the Flow eigentlich sehr passen, dass ich halt im Hier und Jetzt mit dem Pferd bestimmt auch mit einem guten Portionchen Intuition einen gemeinsamen Weg finde, wie wir uns gemeinsam fort weiterentwickeln können. Okay. Ja, und Gerne, Nina. Ja, und einfach das Find the Flow, dass jeder seinen eigenen Flow hat. Jedes Pferd hat ein bisschen seinen eigenen Flow und jeder Mensch hat seinen eigenen Flow. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass das auch was Gutes ist. Das ist nichts Schlechtes, das ist was total Gutes und Schönes, manchmal auch was Frustrierendes und Anstrengendes, aber halt wirklich mehr dahin zu dem einzelnen individuellen Pferd und dem einzelnen individuellen Mensch, die dann ein möglichst gutes Team werden. Ja, also ihr wollt keine Schablonen, die man sich überstülpt, in denen man versucht dann aufzugehen, sondern man soll wirklich sich selber Kompetenzen zulegen, mit denen man dann wirklich eigenverantwortlich arbeiten kann. Wir möchten Wissen vermitteln, wir möchten Infos vermitteln, wir möchten Bewegungsgefühle vermitteln, wenn man das so möchte und dann kann damit jeder anfangen, was er möchte, mit seinem Pferd zusammen. Es könnte auch Find Your Flow heißen und das einfach ganz individuell mitnehmen, anwenden, es lassen, raussuchen, was für ihn passt, was für das Pferd passt und daraus so ein bisschen seinen eigenen Weg, seinen Flow für sich und das Pferd finden und sich vielleicht auch irgendwann zurück daran erinnern, ach Mensch, da habe ich ja noch dies gehört oder habe ich ja noch das gehört. Also einfach, ja, den Menschen und den Pferden eine gewisse Basis, Basis ist immer ganz wichtig, mitgeben auf vielen Ebenen, auch, dass sie sich selber vertrauen, dass sie ihrem Gefühl vertrauen und sie dann wieder nach Hause schicken oder wo auch immer hin und sie ausprobieren lassen mit diesem Gelernten, Gesehenen, was man damit anfangen kann. Ja und einfach Wahrnehmung zu schulen, Wahrnehmung bei den Menschen zu schulen, weil wenn ich was, wenn ich gewisse Parameter habe oder Sachen, auf die ich schaue oder wie fühlt sich was an, wenn ich das beachte, weil ich als Pferdebesitzer muss ja im Endeffekt immer entscheiden, welchen Hufschmidt nehme ich, welchen Trainer gehe ich, auch wenn die mir dann vielleicht viel abnehmen, aber im Endeffekt entscheiden tue ich das ja alles als Pferdebesitzer. Da wirklich Wahrnehmung einfach zu schulen und auch den Leuten auch zu zeigen, dass sie vielleicht auch schon verdammt viel können, dass sie vielleicht auch schon verdammt viel wissen und auch oft richtig sind. Auch das ist mir wichtig. Also mentale Tensigrität auch beim Pferdebesitzer. Ja und das Ganze aber natürlich auch gemixt mit ganz, ganz viel guter Laune, ganz, ganz viel Freude, gutem Essen, Musik und so weiter. Also das tatsächlich ähnlich. Das hat sich bewährt in den letzten zehn Jahren, sodass sich alle auch wirklich wohlfühlen. Also es muss jetzt keiner Angst haben, dass er hier zweieinhalb Tage mit Wissen bombardiert wird, was er gar nicht aufnehmen kann vielleicht, sondern in einer netten, entspannten, ruhigen Wohlfühlatmosphäre, wo es auch Spaß macht, wo es Freude macht, zu lernen und sich weiterzubilden. Okay, also ich bin für meinen Teil einfach erstmal gespannt und ich glaube viele da draußen auch. Es klingt nämlich wirklich sehr interessant und ja, wie ich finde, auch nochmal schöner, weil es offener ist und ja, ich glaube, dass man an so einem Wochenende unglaublich viele Anstöße sammeln kann und viele Erfahrungen sammeln kann und wahrscheinlich auch viele sehr nette Menschen kennenlernen kann, die ja manchmal ja einfach nur nochmal im Hinterkopf sind, wo man denkt, ach, da könnte ich nochmal nachfragen, da könnte ich nochmal schauen. Ja, möchtet ihr noch was ergänzen? Ich möchte ergänzen, dass ich mich nochmal bei allen Menschen, allen Teilnehmern, allen Ausbildern, allen Therapeuten, Schmieden, Marktausstellern, Anlagenaufbauern, Helfern, Catering, Fotografen und was sonst noch, wer noch alles dabei war, bei allen und vor allem auch bei den Besuchern der Vakero Classics in den letzten zehn Jahren ganz, 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 ganz herzlich bedanken möchte. Ihr habt, ihr habt ein großartiges Event geschaffen, was glaube ich so schnell nicht in Vergessenheit gerät und ich persönlich freue mich auf was Neues, was Tolles Neues, was Großes Neues, was Schönes Neues und auf ganz, ganz viele altbekannte Gesichter und auch viele neue Gesichter bei Find the Flow im nächsten Jahr und es wird auch wieder das letzte August Wochenende sein, also falls ihr noch euren Urlaub nicht geplant habt, was wahrscheinlich bei den meisten der Fall ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euren Urlaub noch zu planen und zwar wird es der 23. bis 25. August 2024 sein. Die Location steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es wird Mitteldeutschland sein, ich sag mal Großraum Frankfurt gut zu erreichen für alle mit einer guten Infrastruktur, ähnlich wie auch in den letzten Jahren die Classics und ja, was soll ich sagen, ich freue mich. Nina? Tatsächlich ein riesengroßes Dankeschön an euch da draußen, die irgendwie Teil der Classics waren. Ich habe ein bisschen graue Haare bekommen von den Classics, aber ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und habe das immer sehr genossen. Ich bin von den letzten Classics immer noch müde. Ich hatte nie so gute Partys wie auf den Classics. Ich habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, die ich nicht mehr missen möchte, die ein Teil von meinem Leben sind und ich hoffe, ganz viele von euch sehe ich wieder bei Find the Flow und ihr werdet auch einen Teil davon und ansonsten wirklich herzlichen Dank für die letzten zehn Jahre. Okay, dann würde ich sagen, freuen wir uns alle auf nächstes Jahr, Ende August. Ja. Macht's gut, bis dahin. Uns hört ihr natürlich vorher noch ein paar Mal beim Podcast mit sicher vielen weiteren spannenden Themen. Vielleicht haben wir auch die Sophie noch mal dabei. Wer weiß, sie ist noch ein bisschen hier und macht immer ganz interessante Interviews mit interessanten Fragen. Ansonsten, ja, wünschen wir euch eine gute Zeit. Habt Freude mit euren Pferden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.